einen teil gesehen und jetzt auch noch weiter ja wahrscheinlich da kommt noch ein zombie jetzt wollen es aber hier echt alle wissen es geht hier geht es mal richtig was ab mensch hier geht es mal richtig ab geachtete umstände will ich tatsächlich doch hier mir so eine kleine schneise hier einbauen durch die schnell wieder zurückkomme sollte hier was sein will einfach nur safe sein und sollte hier irgendwas sein was was mich hier nudeln will dann habe ich hier die möglichkeit schnell wieder zurück als wird es auch nicht nur hier diese eine steifen sein ok musik musik geht ganz schön ab aber wir haben leider gerade keine schaufel dabei naja die artis dinge hier nehmen wir somit na gut da hätten wir vielleicht jetzt doch eine schaufel gebraucht aber ich habe auch mit meiner fackel hier durch ich kenne da gar nichts so stein haben wir ein bisschen wir erst mal was kupfer mit damit das einfach nicht vergessen stein außen rum können wir dann auch gleich ab den haben wir dann zu bauen das wird echt also hier unten sind wir ein bisschen hier unten sind wir ein bisschen aber ich habe mich schon schon echt wieder drauf gefreut aber hier mit der karte ist tatsächlich irgendwie irgendwie ist ja alles komisch am anfang ganz ganz am anfang sind wir ja sind wir ja direkt in dem gebiet gestartet wissen glaube ich noch die wenigsten sind wir direkt in dem gebiet gestartet wo es direkt ab ging mit irgendwelchen gargoyles die da durch die luft geflogen sind mit sonst irgendwelchen viechern also das war richtig arg dagegen ist jetzt das was wir hier haben eigentlich gar nichts von nehmen wir mit das packen wir mal alles hier rein können wir jetzt so als ich nicht gebrauchen reisen packen auf jeden fall auch mal hier ein kupfer dieses zeug die pfeile auf jeden fall gut das können wir alles eigentlich gut gebrauchen ach das sieht schon gut aus hier das sieht richtig gut aus warte schaufeln ich wollte ein paar schaufeln machen ein paar schaufeln machen spitzhacken haben wir noch vielleicht noch eine axt oder drei das wäre auch nicht schlecht wenn wir dann einfach sechs angriff schaden neun ok krass krass das ist halt natürlich ein krasser unterschied würde ich jetzt einfach mal so sagen ich habe jetzt keine wirkliche referenz was so was so stärke hier bei minecraft ist aber aber 3 angriff schaden mehr ist zumindest schon mal also neun ist 150 von von 6 50 prozent mehr angriff schaden schon krass kleine kostenlose mathematik stünde hier auch krass sogar direkt prozent rechnen alter würde ich direkt mal so einen udemy kurs oder so auf dem kurs kurs aufmachen ähm gut jetzt habe ich immer noch keinen stein für da vorne für unsere kleine rücklauf schlucht was mit den ganzen fackeln sieht schon echt crazy aussieht schon geil aus so ich nehme mir ein körper noch weg so ich nehme mir ein körper noch weg ach oh was war das oh das war aber ein harter cut in der musik sind aber auch Nee, 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 nee. Danke, ciao. So ein Gesappel hier brauchen wir überhaupt nicht. Na, 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 na. wir sind mehr wischen werden nicht schlecht deswegen geht aber so ein bisschen durch alter er schleicht sich aber einfach so von hinten an alter was für ein zippel gerade sprach ich noch von vision hier ist noch irgendwo ein creeper habe ich gerade eben schon gesehen wo ist dahin ist hier runtergeblumst oder runtergegangen runtergeblumst wahrscheinlich aber auch nicht mehr auffindbar die ganzen endermänner sind aber auch da unten vielleicht sind wir runtergeblumst ganz gut wenn ich mir so langsam die vormachtstellung hier in der höhle aufgebaut hätte das wäre ganz cool ach ja drei zombies cool ja komm ich nehme es doch locker auf direkt mal drauf gekriegt so der nächste peng 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 alter redet von vormachtstellung und kriegt hier trotzdem von auch gott von allen auf den einsatz ein auf den einen sack was von allen einen auf den sack weg mit dir so und der ist hier war gerade noch ein zweiter creeper wohin verschwinden die immer ja komm Er hat von dem Skelett einen draufgekriegt Unser Schild hält fast gar nichts mehr aus So Axtpower Der Axtmoment Der Axteffekt Genau so rum Der Axteffekt Das ist der Axteffekt Da ist wieder ein Enderman Da ist wieder ein bisschen Klimbim Okay Krab noch rechtzeitig gesehen Alter Oh Leckumio Aber wo kommen die denn her eigentlich die ganze Zeit Ich verstehe es nicht Der kam jetzt glaube ich von da oben irgendwo Irgendwo von hier oben Genau hier unten ist noch einer Die Frage ob der jetzt gerade rauskommt Ich glaube eher nicht Dann machen wir nämlich hier erstmal Ein bisschen Klimbim Egal hier werden jetzt überall Werden Fackeln draufgeballert Was soll das denn Genau so wie bei irgendwelchen Animes Ist wenn dann einfach irgendwie Sachen verteilt werden Und die werden überall draufgeknallt Auf alle Auf jeden wird irgendwas draufgeknallt Peng Du kriegst noch einen Du kriegst noch Peng 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 Alter Der Ah der ist da unten drin Aber der hört sich richtig nah an Musik gönnt Aber der hört sich richtig geil an Eisen Geil Kupfer Okay da ist wieder eine weg Wir haben aber auch leider gerade keinen Stein Einfach gerade nicht so viel verfügbar ist Ich bin mir noch ein bisschen zurück und hol mir mal noch welchen Und so ne wo wir gerade hier sind genau wollten wir wieder ein bisschen mehr mensage gehen wir gerade zu den kisten hoch packen da noch mal alles rein einfach erst mal ohne zu gucken alles rein da in der fülle immer noch aussortieren das kommt dann noch mit rein das ist um hier rein und sonst haben wir erstmal alles was wir auch noch gebrauchen können passt lass mal eben allerdings ich mach mal eben einen ok das reicht nicht aber so mal eben ein bisschen eisen hier rausnehmen